Guten Tag, meine lieben Mitmenschen, herzlich willkommen am Dienstag, den 8. Oktober. 2021 war der dritte ökumenische Kirchentag hier in Frankfurt. Der ist wegen Corona ziemlich ins Wasser gefallen oder besser gesagt ins Netz. Was dann kam, war meistens digital, analog war nur sehr wenig möglich. An eines erinnere ich mich gut, das war im Vorfeld nicht öffentliche Auseinandersetzungen. Die interessanteste Art gab es darum, wie der ÖKT genannt werden solle, welche Überschriften er tragen solle. Am Ende entschied man sich für Schaut hin, das war gut, aber irgendwie auch erwartbar und auf der Linie dessen, wie Kirchentage heißen. Dann gab es aber einen Alternativvorschlag, der mich fasziniert hat und für den ich war. Der hieß so, Gott aber. Nur die beiden Worte, Gott aber. Das hätte, glaube ich, die Menschen zum Aufhorchen gebracht. Steht dafür, dass Gott nicht auf der Linie der Vorstellungen und Erwartungen der Menschen agiert und das nicht mit uns abgleicht und abstimmt, ob wir das auch gut vertretbar finden, was er da so tut. Und auch übrigens nicht auf der Linie seiner berufenen und erwählten Leute, sondern er macht auf geheimnisvolle und vielleicht erst im Himmel ganz verständliche und auch für uns dann tief sinnvolle und heilige Weise das, was er für richtig hält. Gott aber. Und Paulus weiß davon ganz viel, weil er das in seinem eigenen Leben erfahren hat. Also heute weiter im Text, direkt im Anschluss an gestern im ersten Kapitel des Galaterbriefes. Ihr habt doch von meinem früheren Lebenswandel im Judentum gehört und wisst, wie maßlos ich die Kirche Gottes verfolgte und zu vernichten suchte. Im Judentum machte ich größere Fortschritte als die meisten Altersgenossen in meinem Volk und mit dem größten Eifer setzte ich mich für die Überlieferungen meiner Väter ein. Und das wird er den Galatern bei der Gründung der Gemeinde selber erzählt haben. Paulus macht keinen Hehl aus seinem Vorleben und seinen Verfehlungen und Irrwegen. Als es aber Gott gefiel, Gott aber, der mich schon im Mutterleib auserwählt und durch seine Gnade berufen hat, in mir seinen Sohn zu offenbaren, damit ich ihn unter den Völkern verkünde, da zog ich nicht Fleisch und Blut zu Rate. Ich ging auch nicht so gleich nach Jerusalem hinauf zu denen, die vor mir Apostel waren, sondern zog nach Arabien und kehrte dann wieder nach Damaskus zurück. Arabien wird nicht so im Süden der Halbinsel gewesen sein, wo heute Saudi-Arabien ist, Mekka, Medina, unten der Jemen und die Emirate und Oman und so, sondern Arabien war der antike Name für das Israel benachbarte Nabatea-Königreich, dessen gloriose Überreste heute in Petra in Jordanien noch zu sehen sind. Und dazu gehörte auch Damaskus in den Einflussbereich dieses Reiches. Und dort wird der frisch zum Paulus gewordene Saulus nach seiner Bekehrung gleich gewesen sein und hat schon angefangen mit der Verkündigung Jesu Christi unter den Heiden. Und das hat er in eigener Verantwortung auf die Rechnung seiner göttlichen Berufung gemacht. Das ist ihm so wichtig zu sagen. Nicht Menschen haben mich ernannt. Und auch die Leiter und Autoritäten der jungen Kirche nicht. Zu denen ist er dann später gegangen, wie er sagt. Drei Jahre später ging ich nach Jerusalem hinauf, um Kephas kennenzulernen, also der Fels, Petrus, und blieb 15 Tage bei ihm. Von den anderen Aposteln sah ich keinen, nur Jakobus, den Bruder des Herrn. Was ich euch hier schreibe, siehe bei Gott, ich lüge nicht. Danach ging ich in das Gebiet von Syrien und Kilikien. Den gemeinten Christi in Judäa, aber blieb ich persönlich unbekannt. Sie hörten nur, er, der uns einst verfolgte, verkündet jetzt den Glauben, den er früher vernichten wollte. Und sie lobten Gott um meinetwillen. Ja, das haben sie bestimmt getan, aber nicht gleich. Sondern erst mal werden sie sehr, sehr reserviert auf diesen Saulus Paulus geguckt haben. Auch nicht ohne Angst, ob das nicht eine Schliche ist. Noch etwas Interessantes in der neuen Einheitsübersetzung, aus der ich lese. Gott aber hat es gefallen, dem Paulus, wie er sagt, in mir seinen Sohn zu offenbaren. Das ist auch interessant. Also es ist kein innerpsychologisches Ereignis, aber es ist eine höchstpersönliche Offenbarung, die er nicht empirisch beweisen kann und die man ihm glauben muss. Auf sein Wirken hin, auf die charismatische Autorität, die er durch die Geistesgaben bekommen hat. Bei uns ist es auch nicht anders. Unsere Berufungen kommen, auch wenn sie in der Kirche wirksam sind, nicht von ihr, nicht von den Bischöfen. Sondern unsere Berufungen kommen von Gott und dürfen ihm gedankt und müssen vor ihm verantwortet werden. Gott segne und behüte sie alle. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!